Hi, wir sind wieder zurück, die Bäume sind immer noch am wachsen, Mario ist immer noch am Inventar sortieren, und ich habe ein bisschen Holz gesammelt jetzt. Ja, währenddessen habe ich hier hinten ein Riesenhaus gebaut. Ja, darf ich das gut machen? Das ist, hallo, das ist unser episches Haus. Gut, tschüss. Das ist, äh, ich meine, so ein Haus hat nicht jede. Das stimmt, es ist sehr simpel gehalten. Ich meine, es hat drei Fackeln. Vier sogar. Wieso vier? Fünf, wow, nee, komm, ähm. Ich möchte das Haus gerne abfackeln. Danke für die Fackeln. Danke fürs Bett. Ähm, ja, ich habe ein bisschen Holz. Komm, ich werfe dir jetzt auch ein bisschen Holz zu. Und dann... Ja, noch, äh... Hast du Holz? Noch habe ich 2000. Gut, jetzt hast du mehr. Ähm, und ich würde mal sagen, wir bauen da tatsächlich auf den Grundstein, wie du jetzt mal da die Steinplattform hast, so unser kleines Häuschen. Ja, Standard-Häuschen. Ja, mit Wand und Boden. Wirklich jetzt nichts Großartiges. Ich mache nur die Grundplatte noch ein klein bisschen breiter. Breiter inwiefern? Länger oder höher? Länger. Okay. Dann baue ich schon mal die Wand. Und spring natürlich gleich direkt daneben. So. Standardmäßig. Wie immer. Ah, du möchtest also gerne die volle Fläche ausnutzen? Natürlich. Wir haben den ganzen Planeten zum Ausnutzen, sozusagen. Auch wieder, boah. Und ich... Keine Ahnung, wie hoch willst du denn den bauen? Hm? Mario? So. So, und dann noch ein Stockwerk drauf, oder wie wollen wir es? Ja, mal so vorab mal so zwei kleine Stockwerkchen. Gut, finde ich gut. Und gleich mal ein Dach, weil hier dann regnet es nicht. Finde ich gut. So, wie hoch hast du... Ähm, wie viele Blöcke hoch hast du das jetzt gemacht? Pi mal... Daumen. Gut. Oh, da verließen mich gerade meine Bretter. Meine Bretter? Ähm, du hast die... ...den Crafting Table eingebracht. Ja. Dann werde ich ihn mal gleich neu platzieren. Platzieren am besten unten. Ding. Riese Crafting Table. Das ist, äh, really gut Crafting Table. Wir wollten nicht Englisch reden. Ja, stimmt. Das klingt so. Dit sounds very well. So. Äh, äh, Planken... 3, 3, 3. Kraft. Ich hab auch schon, schon, schon was Cooles gebaut. Wat denn? Guck mal. So, zum... ...nicht hochkommen. Hm. Perfekt, oder zum nicht hochkommen. Moment mal. Das mit mir jetzt hier die gleiche... ...Stockhöhe bekommen. So. Zählen ist zu einfach. Ganz klar. So. Ich muss nochmal... ...muss nochmal abmischen. Wir bräuchten dann noch... ...ne Tür. Logischerweise. Und wie macht man denn? Wollen wir Fenster reintun oder... ...keine Ahnung. Machen wir es einfach dunkel. Mit Lichtern. Ich glaub, Fenster sehen cool aus. So. ...ne, er hätte fast... ...er hätte fast gepasst. Aber irgendwie sieht jetzt das obere doch höher aus als das untere. Würde ich jetzt nicht sagen. Ja, es ist höher. Wirklich? Ja, eine um einen versetzt höher. So hoch müsste es sein. Das will nicht... ...neu... 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 ...so. Da ist gerade merkwürdig... ...was merkwürdiges passiert. Was merkwürdiges? Was denn? I don't understand you. ...neu... ...neu... ...minimal ernebt. Aber egal. Ähm... ...blblblbl. Ich bäuchte das oben wieder ab. Ich mach Beruf. Oh, jetzt schiebt das Vieh nicht. Gut, was braucht man nochmal für einen Ofen? Ein Campfire und Stein wahrscheinlich. Ähm, ja. Würde ich jetzt mal grob schätzen. So, in etwa kam das hin. Gut, dann würde ich sagen, fange ich mal mit der Grundausstattung an. Und nein, du darfst da nicht mehr runter. Hab's mir schon gedacht. Aber mit dem Dach würdest du so oder so nicht mehr. Wobei, wir könnten ja einen Dachboden bauen. Ach nee. Ja, tatsächlich. Kaum zu glauben, oder? Wäre das im Bereich? Das Möglichen, ja. Das Möglichen? Ja. Wirklich, Mario. Ja. Ich hab mich verbaut. Standard. So, jetzt wird's dunkel. Ich fange mal mit provisorischen Fackeln an. Die altbekannten Bauleuchten? Ja. Ja. Die, was wahrscheinlich in diesem Haus immer Bauleuchten bleiben, so wie ich uns kenne. Ja, klar. Haben wir jemals Bauleuchten dann tatsächlich komplett umgetauscht in jeden Ding? Äh, auf dem früheren Planeten, da haben wir das mit dem Tunnel, glaube ich. Ähm. Ja, stimmt. Da haben wir's immer dann geändert. Lass es offen. Hier muss ne Tür rein. Ja, eben. Ja, eben. Ja, eben. Deshalb muss da ein Hintergrund rein. Ach so, okay. Ähm, ne Tür, 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 Tür. Da ist ne Tür. Tür, Tür? Tür, Tür, Tür. Oh, Querbalken. Ja. Dass es nicht allzu simpel wirkt. So. Dann noch unsere schöne Tür. Auer Wood Door. Und das Häuschen ist fertig. Wo hast denn du den Crafting Table hin? Den, den du platziert hast? Den müsste ich im Inventar rumgammeln haben. Okay, normal. Dann, ähm, guck ich mal, ob ich alles da hab für... ein Furnace, Stone Furnace. Aber ich find da kein Feuer. Ähm, ich muss kurz zum Wald. Ach du, äh... Ja? Wenn nicht, dann benutzen wir das da. Ja. Ne, ich brauch grad nur Holz. Für was haben wir denn einen Wald? Ich hab da übrigens auch noch einen alten Envel. Ja, ich auch. Ich hab noch einen, ähm... Den klatsch ich da auch mal hin. So, machen wir da einfach mal so eine Sammlung. So. Nee, da ist ein Viechen. Pinkes. Pinkes Monster. Du bist sehr angsteinflößend. Nee. Ist orange. Was? 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 So. Dann haben wir jetzt unseren schönen Wald. Hatten wir einen schönen Wald? Besser gesagt. Ist er schon wieder weg? Ja... Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Ganz kuriose Dinge passieren hier auf diesem Planeten. So. Strange, Alter. Strange. Ja, very, very strange. Ähm... Genau. Wo sind dann die anderen hier? Und zwar... Pflanzen wir jetzt gleich den Wald wieder an. Weil Holz braucht man immer. Ähm... Wir brauchen wahrscheinlich dann auch noch ziemlich viele Kisten. Because of the storage room. Lagerraum? Ja. Äh... Hast du welche... Kön... Können sollten wir? Können sollten wir? Können sollten wir? Hast du welche auf... Auf Schiff? Oder... Sollten... Ich glaube ich hab selbst noch welche... Ich müsste da... Ich glaube ich hab da ne Kiste Kiste. Ne Kiste Kiste? Mhm. Die ist cool. So ne Kiste Kiste hab ich auch. Warum liegen da... Knochen? Ja. Äh... Ich hatte mir gerade ne Ladung Wings bestellt. Ah... Verständlich. Ja. Und äh... Ich hatte halt so Hunger, weißt du? Hm... Und deshalb ist dein Kopf auch mit dabei direkt. Ja... Ich werd mich auch beschweren, also... Ja, verständlich. Also sowas will ich nicht akzeptieren. Nee. Aber viel bringen tut dir die Beschwerde nicht. Da ja... Du schon aufgelöst hast. Ja, vielleicht krieg ich ja dann... Ja ne, ich beschwer mich ja nur wegen den Köpfen, die da mit drin sind. Ah, okay. Ich find... Da ist es kein Feuer. So, und jetzt können wir einen... Ofen bauen, wenn man ihn findet. In diesen... Ach, aus Clay kann man Bricks machen. Ja, stimmt. Ja, das ist ja mal interessant. Finde ich sehr cool. Jetzt hab ich mal die... Die... Den Clay, den ich jetzt hier vorhin gesammelt hab, mal zu Bricks gemacht. Jetzt können wir gleich einen Brickdach machen. Weil es da auf Anhieb gar nicht mal so wenig, ne? Hm. Den Clay hab ich immer weggemüllt, ne? Normal... Ja, weil man auch vor dem Update damit nichts machen konnte. Äh, aber die sehen... Äh, aber die sehen... Die sehen ja cool aus. Mhm. Das ist... Als du die jetzt da gerade siehst. Ja, ich sieh sie. Dann möchte ich jetzt glatt ein Bricksdach machen. Das kannst du sehr gerne machen. Oder ein Brickshaus. Das Haus von Bricks. So, wir haben ein Bett... Ein Bettchen. So. Und? Ich glaube, es wird wieder ganz, ganz, ganz schlimm. Wieso? Hm. Naja, wir bauen ein provisorisches Haus. Und fangen mit einem Bricksdach an. Und, äh... Ja. Ich versteh dich schon. Und weißt du was? Ich werde dieses provisorische Haus jetzt gleich unterkellern und sage, es wird nicht ein provisorisches Haus, sondern unser Lagerhaus. Weil ich uns kenne, dass wir dieses Haus behalten werden. Was sagst du? Ja, äh... Ja. 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 Akzeptiert. Ja halt, ne? Akzeptiert. Gut. Freut mich. So. Das Bricksdach. Ich würde dich bitten, das Ganze da so ein bisschen zu verbauen, oder? Ja. Ja, ich hab jetzt nur noch 70. Achso. Ja, dann hole ich mal... Ich weiß ja nicht. Ich kann mal gucken, was ich so oben alles habe. Hm. So. Mein Würmchen ist auch gleich wieder hier. Brauchen wir Lampen? Ja, Lampen kann man eigentlich immer brauchen. Ja, die Frage kannst du dir ja schenken. Hm. Ich hab mal ne Kistekiste gefunden. Du hast auch ne Kistekiste. Ja, sagen wir so, meine ist im Chip locker. Hm. Aber sind auch ein paar Variationen mit dabei. Eigentlich alle. Ne, ne Eichest oder so fehlt noch. Was ist das für ein Outfit? Oh Gott, sieht das bescheuert aus. Ich höre ein merkwürdiges Brummen hier überall. Ist ein Bären gefressen. Es wird jetzt tatsächlich das erste Mal in dem Spiel, dass ich gezielt Clay suche. Naja, es gibt für alles ein erstes Mal. Und das stimmt mich ehrlich gesagt ziemlich traurig. Naja, was haben... Die Baufackeln sind nicht symmetrisch. Ich weiß, es sind ja auch Baufackeln. Du hast sie richtig benannt. Asymmetrische Baufackeln? Genau. Ich wage es. Ich habe es tatsächlich gewagt. What have you done? Ich bin schlimm, oder? Ja. Ja. Klingt... nett. Ja. Wie war das nochmal mit dem Wort nett? Nja... Okay. Oh, ich hab ne Blume. Weißt du, was ich tatsächlich noch nie probiert hab? Was denn? Mehrere verschiedene Flüssigkeiten ins selbe Loch zu kippen. Ich hätte Kaffee... Warte, ich... Dazu will ich dann mit runterkommen. Aber ich find jetzt grad da so oder so nix. Ich komm nur grad mit meinen eigenen... Inventarsortierungsfähigkeiten nicht mehr zurecht. Jetzt kommst du auf deine eigenen Dämonen wieder nicht klar. Nee, die sind einfach zu aggressiv. Nee, ich hab nur einfach ein rappelvolles Inventar gerade. Ja. I really know what you mean. You really, really know what I mean? Yes. That's nice. It's a shame. It's a shame? Why? Cause it's inventory horror. The inventory horror? Okay. Okay. So, ich hab noch Clay. Ich hab noch Clay. Horror, äh... Warte, das ist da... Hast du jetzt Bricks oder Rooftiles gemacht? Bricks. Bricks? Okay, I make 800 Bricks. Okay. Dann kommen wir jetzt runter. Ja, dann kannst du das ja schon mal ans Dach andübeln. Ja. Genau. Aber ich will, hab ich Cobblestone. Ja, ich hab Cobblestone. Rufe. Weil ich gerade merke, dass das eigentlich extrem Falschraum ist, was ich da gemacht hab, ne? Ja. Das... Weil ich hab die... Die Bricks jetzt nach innen. Ich dachte mir tatsächlich auch, was du... Die Holzverschalung außen. Mhm. Ich fand's auch sehr merkwürdig, was du hier fabrizierst. Aber ich wollte dich einfach mal der Kreativität wegen freien Lauf lassen. Ja, gut. Ich hab jetzt ja auch das Holzdach vorher drauf gemacht, bevor ich wusste, dass wir Bricks herstellen können. So. Jetzt sind wir schlauer. Und ich baue jetzt ein Bricksdach. Au. Falschaden. Also die Anziehungskraft hier im Planeten ist erdähnlich, ne? Die ist auf 1. 1 G. Ah, okay. Gut zu wissen. Er hat jetzt keinen so'n... So'n Gezuppel. So'n minimales Ding, wie, äh... Nur 0,8 oder so. Also hier kann man schon... Normal. 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 Was ist heutzutage denn schon normal? Normal. 1 G. Aha, okay. Gut zu wissen. Das war jetzt falsch, was ich da gebaut habe. Ach. Dann bin ich natürlich wieder runter. Musst du da nicht rein, Junge. Is nominees ca. Oh, ja, da das war ein Danach indirend nos have das weiter der Oak